UNTERTITELUNG Fast jeder hier arbeitet auf meinem Land. Die Leute hier brauchen mich. Ich trage viel Verantwortung. Liebling, wir gehen Proben sammeln. Kommst du mit? Ich bin sicher, du wirst noch verstehen, wo meine Prioritäten liegen. Oder ihre, denn am Ende sind es dieselben. Ich habe diese Gegend genau studiert. Die Lage hier ist kritisch. Hoffentlich können wir das ändern, bevor es zu spät ist. Dieser Mann ist hier, um sicherzustellen, dass es genug Wasser für alle gibt. Das wird sie provozieren. Ich finde, dass wir dieses Kindermädchen nicht brauchen. Ich traue ihr nicht. Es wird uns hier gut gehen, glaub mir. Lass meine Tochter los! Verschwinde! Was soll das Gewehr? Entschuldigung, hier ist Jagen verboten. Hey! Lassen Sie uns in Ruhe und sagen Sie Ihrer Chefin, dass das der falsche Weg ist. Chefin! Papa! Das Wasser sucht sich immer seinen Weg. So wie diese Leute. Diese Leute tun, was Sie ihnen sagen. Ich stecke meine Nase nicht in Angelegenheiten, die mich nichts angehen. Ich habe genug von diesem Ort und ich will nur noch hier weg! Du bist nicht hergekommen, um unsere Probleme zu lösen, sondern deine. Du weißt nur nicht, welche das sind. Oh ja! Schmuck's aus! Nein! 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 Nein!